Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr seht mich jetzt so, weil ihr wisst ja aus einem bestimmten Grund. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich heute zum Friseur gegangen bin und ein Video darüber mache und euch meine Haare zeige. Und in meinem letzten Video habe ich wieder zu viel geredet. Ich hoffe, ihr habt es euch immerhin angeguckt. Und ja, jetzt kann ich euch meine Haare zeigen. Drei, zwei, eins. Yeah! Ich habe sie mir hier mit blonden Strähnen gemacht. Also machen wir es. Hier seitlicher Pony. Hier ist es blond. In der Kamera sieht man es nicht so gut, aber... Wartet mal. Wo muss man das hier sehen? Hä, warum sieht man das denn jetzt nicht? Oh, jetzt. Ja. Hier. Blond. Das sieht man in der Kamera jetzt nicht so gut. Da habe ich hier nochmal blonde Strähne. Hier, hier sieht man es voll gut, diese zwei. Ah, jetzt sieht man es. Hier. Und hier. Und irgendwo da drunter noch. Und ja, ich wollte euch jetzt einfach zeigen, wie das Endergebnis aussieht. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ähm, haben wir hier das seitliche, was ich schon immer machen wollte. Und jetzt sehe ich ganz anders. Ich habe die Haare geglättet, weich. Und ich finde es einfach toll. Weil, ähm, ja, wenn euch das auch gefällt, dann, ja, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, ähm, wie ich euch jetzt meine Haare gezeigt habe, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und mein nächstes Video wird länger. Ja, also jetzt ist es halt nur ein Ausschnitt, wie ich meine Haare gemacht habe. Und ja, nicht mehr so. Die Haare kippt dann noch vorne. Ah, das Blonde. Ja, ich bin immer noch aufgeregt. Ich kann nicht aufhören rumzuspielen. Und ich höre jetzt lieber auf. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und, ähm, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Like. Und, ähm, wenn ihr mir noch einen Kommentar da lasst. Ja, dann also bis zum nächsten Mal. Ciao.